kommst du dunkle seite macht ja nicht bei freunde willkommen auf dem youtube kanal zu ein weiteres video hier zeige ich euch mal mein selbst erstes selbst gebaut ist darf weder schwert mit auch sondern holzstock mit einem reflektoren band was ich verarbeitet habe und so sieht es aus der griff habe ich nach mein kai durch schwert schon mal gemacht das ist auch schon ein bisschen älter das war mein allererstes darf weder schwert ist komplett aus edelstahl die bausache habe ich mir aus dem bauhaus geholt die rohren diese endkappen hier habe ich da mit verarbeitet dann natürlich dann das sind so genannten scheibenbücher blätter gummiteile aber die buch immer ersetzte für größere und so sieht das aus also ich muss sagen diese reflektoren bin da waren was her und ich bin zufrieden damit wenn euch das kurz wie die gefallen haben solltet vom darf weder spät was ich hier euch gezeigt habe das habe ich am anfang des diesen kanal müsst ihr ganz zurückblicken wo die ersten videos kamen hier auf meinem youtube kanal da zeige ich meine ich auch wie ich das gebaut habe aber das wollte ich euch auch noch mal zeigen was schon lange lange her ist und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lassen daumen oben und nicht vergessen mein kanal zu abonnieren die die das ist die die in die